Hallihallo! Herzlich Willkommen, ich war Hübschen. So, ihr wisst Bescheid. Hallo! Und natürlich, wer das größtere Stück hat, ist natürlich der... Thomas ist der Chef im Haus, ganz klare Sache. Geht euch ein bisschen Spaß drauf, auf eure Zukunft? Lasst alles Böse hinter euch, ihr dürft gleich die Sektlieder schmeißen. Achtung, jetzt fliegt ihr Scherben. Ein Blick mal zurück, lasst alles Böse hinter euch, auf einen super Start in eure Ehe. Eins, zwei. Habt Spaß und genießt den Tag mit uns. Lasst es euch schmecken. Applaus Dann sag ich mal, auf die Plätze! Fertig! Los! Randvolles Ding, ihr müsst ja nicht trinken. Abklatschen. Sehr gut, trinken, trinken. Lasst es euch schmecken, das sieht gut aus, das sieht gut aus. Leertrinken, abklatschen. Abklatschen, nicht vergessen, abklatschen. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Thomas, willst du deinem Team was sagen? Was soll ich so sagen? Bewegt euch endlich! Bewegt euch, bewegt euch! Thomas gehört, ihr sollt euch bewegen! Es sieht ziemlich ausgeglichen aus, ich plopfe drüber. Die Mädels sind gleich auf! Achtung! Thomas, bist du stolz auf deine Männer? Sehr, sehr. Ihr habt knapp gewonnen, ja. Es war eine enge Kiste. Mädels, ihr habt auch noch mal später auf jeden Fall Zeit, um eine Revanche, ihr könnt noch mal alles zurückgeben. So, ich denke mal, alle haben gut gegessen. Der Nachtisch war auch sehr lecker. Wollen wir tanzen? Ja? Es geht los, ja! Thomas, geht's los? Veronika? Ne? Was ist los? Was? Du kannst nicht. Was ist los? Du hast keinen Schuh. Wie? Zeit mal. Oh, ich glaube, der rechte Schuh ist weg. Die Trauzeugen, was war da los? Die Trauzeugen haben nicht aufgepasst. Das ist schlecht. Das ist schlecht für die Trauzeugen. Liebes Publikum, wir suchen einen Brautschuh. Für die rechte Seite. Ist er schwarz? Veronika, ist er schwarz? Nein. Nein. Er ist weiß, denke ich mal. Weiß? Bisch? Einen weißen Schuh, keinen Silber, keinen Schwarz. Ähm, was wollt ihr denn für den Schuh haben? Geld. Viel Geld, eh? Oh, ihr habt die gehört, ja. Ihr habt die bösen Menschen gehört. Ich will die nicht verärgern, ja? Wenn ihr die auch nicht verärgern wollt, dann machen wir ein kleines Abkommen, ja? Wir machen pro Tisch 50 Euro kostet einen Wunsch vorzugsweise von den Trauzeugen, weil die haben ja nicht aufgepasst auf den Schuh, ja? Du weißt, was zu tun ist. Gib alles, Junge! Fünftes Euro kostet einen Wunsch. Darunter gibt's ein Wodka aufs Haus. Es gewünscht wird sich, dass die Mama, die Schwiegermama von Thomas, einmal durch den Saal getragen wird zu der passenden Musik. Los, geht's! Mama Stetzer darf die Show genießen. Deine fünf Minuten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 2, 3, 4, 5, 6, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 10 Aber es ist ein Wodka- ada.